ein bisschen gebastelt heute den ganzen tag schon in der garage und das folgende ergebnis ein angel sup und zwar so wie ich das gerne haben möchte ist ein normales stand up paddle ich habe es auch so gebaut dass alles praktisch so ist dass ich es wieder abbauen kann jederzeit das ist alles mit gummis gesichert hier und hier mit dings da kann ich auch die länge verstellen hier ist gesichert mit mit straps der sitzt der kann ich wieder abnehmen den anker hinten da muss ich mir noch ein anker machen den kann ich wieder mitnehmen ja und das ist die angelkiste angelkisten gibt es viele aber wer hat schon spiegel dann muss ich auch mal sehen was von hinten kommt oder gewinner das ganze ist gesichert hier aber jetzt zeigt euch das jetzt nur mal so kurz kann ich hier aufmachen ziehe ich hier das ist mit magneten hier oben ist eine maßeinheit die ich noch ausklappen kann auf 60 bis 60 zentimeter ich bin die meiste zeit auf barsche unterwegs da reicht mir das 100 prozentig ja dann kann man das eben wie gesagt einmal hier aufklappen hier habe ich eben so das nötigste drinnen und ein bisschen kleinkram das ist nur das kleinkram drin und hier unten habe ich jetzt das ganze angekommen organisiert da steht auf jeder box genau was drin ist jetzt zum beispiel test box hier sind wobbler drin hier sind zum beispiel eigenbaus spinner drin hier gummi groß also alles was jetzt große gummi sind eher auf zander und hecht hier sind die ganzen vorfächer und kleinkram drin das ist alles so dass ich das praktisch hier rausnehmen kann und kann es in meinen angelrucksack packen wird noch ein verschönert ist auch noch nicht ganz ausgereift ich glaube den spiegel machen noch elektrisch verstellbar und ich brauche noch ein radio aber ansonsten für den anfang nicht schlecht oder ich habe hier jede menge sachen die ich unterbringen kann ist alles gesichert also alles was hier dran ist kann ich sichern ich habe hier noch möglichkeiten zum sichern ich habe hier noch möglichkeiten zum sichern jede menge möglichkeiten ich habe hier zwei taschen die ich noch befüllen kann und wie gesagt das ist ein ganz normales stand up paddle mit der kiste drauf die ich jederzeit abnehmen kann ja und dann schauen wir mal ich bin gespannt wie das angeln wird